jo einen wunderschönen guten abend und ja frohes neues jahr wünsche ich wir sind mal wieder in thüringen unterwegs ja mit wie soll ich das sagen mit voll motiviert ins neue jahr starten und los geht's hallo rgm hallo schönen guten abend zusammen hallo medien du bist ja schon im disco hallo guten abend und hallo super plus und abends hallo ich habe da was leuten gehört dass du uns was neues mitgebracht hast du mal wieder an einem fahrzeug dran rum gespielt hast eigentlich nicht das wollen wir doch jetzt alle sehen außerdem der medien ist auch ganz gespannt darauf ja der will das echt sehen natürlich ich hab's ja gestern abend schon gesehen ja fand er mich ein bisschen lustig nicht nur nicht nur ich ja soll ich das bei mir zeigen ja ich habe das bei mir schon reingekonfiguriert wo bist du denn wo bist du denn hier naja was heißt hier an der auf auf meinen hof bin ich hallo hallo ich bin hier oben naja was gibt es viel zu sagen geht einfach mal zu meinen treasure und strecken aber wer macht unordnung ich bin doch nicht da was ist eine weiße kiste auf dem warum ist die weiß wie die bei dir weiß 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 nicht wie ist guck mal wie die aussieht bei mir im stream ich verstehe es nicht bei rgm ist ja auch weiß wie ihr seht super plus hat definitiv ein alkoholproblem hier stehen überall leere bierflaschen liegen bierflaschen und hier ist ein bierkasten auf dem beifahrersitz und von draußen wird schon schaulustige sind da schon ich wusste mich warum das bei dir weiß ist und bei rgm kannst du dich jetzt mal ja das das geniale ist ja wenn man jetzt in den shop geht ich mache das jetzt mal hier eigentlich wäre das ja da ist es bestimmt auch weiß bei dir es geht ja nur um den und und um das smalle detail das ist ja der trion man hat jetzt man hat jetzt die möglichkeit alkoholproblem ja oder nein zu machen ein alkoholproblem hat dann die bierkiste dann drinnen da ist die auch ich finde dieses diese diese auswahl alkoholproblem ja oder nein finde ich genial ich finde das auch ein bisschen lustig ich verstehe bloß nicht warum das bei euch weiß ist das ist so typisch super plus aber mit dem alkoholproblem ist schon geil ja wie gesagt mach 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 ja also irgendwas haut da bei euch also werden bei euch die textur da nicht angezeigt warum auch immer da muss ich mir noch mal ansetzen da musst du dich noch mal ansetzen das war jetzt aber man kann es bei dir ja sehen dass es die richtigen textur ja bei mir ist es ja richtig hier bei mir ist das die normale bierkiste und die bierflaschen überall du willst doch die leute nur alle in deinem stream rüberlocken auf jeden fall eine geniale idee ich finde das auch ich fand ich fand das lustig ich dachte mir so eine bierkiste im dresch aber dann dachte ich komm machst du überall noch so leere bierflaschen hin ist schon witzig bist du bavilos ehrlich war ist euch das aufgefallen wir hatten jetzt zum start keine probleme was ganz was neues hier ja das ist ja ich bin ja noch nicht da deswegen stimmt da kommt ja unser problem ich komme mir erst noch aber mit der flaschen hast ein bisschen übertrieben oder an mann mann alkoholproblem ist alkoholproblem na ja ich habe halt kein bock das lagut weg zu räumen bleibt alles liegen und stehen was muss ich denn jetzt eigentlich tolles machen das ärgert mich jetzt voll dass das bei euch so komisch ist ja ich konnte sie auch vorher nicht testen das ist jetzt einfach drauf geladen da lief es ja gut das ist das nächste mal schickst du dann erst den mod ein bisschen früher dann kann man den gegen checken und dann ok geben oder nicht darum gibt es ja auch diese pester die mod test da ja soll es auch geben jetzt hat der papa mal den zeigefinger erhoben jetzt kommen wir weitermachen klasse meine felder sind alle ach so mein ich habe ja hier noch das kleefeld stimmt ja das habe ich ja auch noch ja im wachstum das könnte nächsten monat also wenn wir wenn wir holen dann könnten wir fast und ich fast ernten und die millionär werden weil ja menien menien beiden ledern haben möchte für seine fünf schafe lief hält mir mal noch was ganz anderes ach die kuh stelle haben wir ja noch abgerissen von 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 den von den höfen von den fest installierten höfen die sind ja noch weg ich wollte das andere ganz andere da wohl die müssten die müssten da ich nach umzug müssen die wieder da gewesen sein weil die haben über die place abgerissen oder hier haben wir über die place abgerissen und die beiden weiter oben drinnen ich glaube die sind auch wieder drin wo waren die dann gerade mal da nicht die zeigt sich auch mal wie die höfen nicht gekauft haben nach die vorgefertigten genau die waren auf den vorgefertigten höfen aber jetzt frage mich mal wo das war ach hier ich habe einen gefunden da ist wieder daher wo bist du da ist ganz links auf der kuh stahl ja ja wo bin ich denn jetzt hier auf der karte in der wo ist denn der kleine ist doch auch über feld 27 bin ich da ist so kuh stahl wird da genau ja genau ich stehe auch direkt können die sind von zu er ist schon eingesperrt warum was das wollte jetzt mit den kuppers jetzt im kuhstall hier kaufen oder was aber ich habe noch noch nicht alles für den kuhfutter und da hätte ich was kommen wir hier vor du bist du haben hier nachts voraus ja hier also entweder hat jemand ein freiluftbüro oder hier fehlt ein gebäude und schwebende tische und stühle ich bin ja auch noch über das 27 den hof da wir sind direkt hier bin ich hallo ein freiluftbüro hier oder was soll das darstellen haben wieder was gelöscht ich weiß nicht ob es an uns liegt warum das so ist aber irgendwie fehlt wo ich im gebäude das sieht ja lustig aus mit ersten stock ja ja ich habe ja gar nichts gelöscht das einzige was wir aus der place bild gelöscht haben ist mediens zahn ich habe gleich mal direkt ein bildschirmfoto gemacht müssen wir mal testen wenn man neuen spielstand machen ob das hier auch weg ist aber ein schöner schreibtisch schön hier soll nur bis luftig ein zimmer vom stuhl runter gehen das rgm sieht jetzt hast du deinen riss in dem nach nie das ist so eine textur herrlich ja aber mit rückwand sogar funiert die rückwände erlebt man ja auch nicht mehr heutzutage oft ist das jetzt ist das home office oder frei office das heißt hof office das ist jetzt hof office frei office hätte auch was das beinhaltet dann beides frei und office hätte auch was richtig geil ja wir müssen muss ich mal hast du noch ein test spiel stand drauf dann könntest du das nachher mal gucken weil ich müsste mir erst 99 wieder zusammen basteln habe kein test stand ich habe gestern mal meinen ganzen self games aufgeräumt hatte mittlerweile 14 self games ja davon ja da waren von acht bahn waren test geben so was zu jeder karte noch ein test spiel stand habe ich dann erstmal aufgeräumt gut gucke ich da mal nach dem stream was könnte ich mir denn jetzt kaufen ich habe ich habe geld an den grünen hof kannst du gern geld überweisen der grünen hof macht eine gute arbeit so was jetzt gar nichts orange orange bist du würde mir am liebsten gefallen 76 ne weil das liegt dann schön in der in der flucht 65 76 77 und dann könnte ich mir das eigentlich holen was kostet denn das so war könnte ich mir leisten was mache ich da drauf noch mehr klee du brauchst mehr klee die welt braucht mehr mehr vierblättriges kleeblatt meinst du jetzt noch silveste wo sie das alle weg gekauft haben das glück das glücksklee muss wieder welch dran kann ich denn überhaupt noch bin ich denn überhaupt was mache ich hier überhaupt und wieso bin ich hier so was kann ich denn überhaupt noch säen da drauf jetzt geht das wieder so hilfe du hast vergessen wer seid ihr überhaupt wer seid überhaupt ähm wir sind die drei lustigen vier weizen gerste das ist alles wenn ich wenn ich jetzt sonnenblumen säe nächsten monat wie kann ich dann schon im frühjahr im mai schon ernten sehe ich das richtig ja kannst du machen sonnenblumen bringt mir wenig für tiere ne ne sehr wenig also eine vögelverfutter genau habe ich dann vögelnfutter vogelfutter vogelfutter das ist auch doof nun sagt doch mal was mache ich denn jetzt ich weiß es ja weil ich könnte natürlich noch ein bisschen pappel und ein bisschen gras und mich komplett auf silage beschränken oh was haben wir monen morgen ist zu lange ein sonnenblumen fällt vor der tür hätte ich hätte ja auch was aber sonnenblumen bekomme ich muss ich ein anderes schneidwerk haben für meinen drescher oder gehen die entweder ein maishexer schneidwerk oder dieses sonnenblumen schneidwerk das weiß ich auch du hast ein sonnenblumen schneidwerk das heißt ich könnte mir das von dir ausleihen ja kostet aber weißt ja 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 ganz viel geld naja erzähl du mal ja ja genau also von daher ach ich weiß es nicht was mache ich denn oder lasse ich das und bezahle meinen kredit ab das wäre natürlich auch eine möglichkeit fühlt sich gut an wenn man schuldenfrei ist ich werde ja nicht schuldenfrei also lohnt sich eigentlich gar nicht den kredit abzuzahlen ja ne wenn man nicht direkt mit einem schlag schuldenfrei ist kann man eigentlich noch mehr kredit aufnehmen ja das sehe ich genauso genau irgendwann sagst du dir scheiß drauf ja also wie im normalen leben ist ja dasselbe ne kopf in den sand und und juppi die noch mal ein bisschen was auf raten zahlung gekauft na klar was soll da geil können sie raten was in die zahlung kriegen darüber muss ich noch mal ein bisschen nachdenken darüber muss ich noch mal ein bisschen nachdenken da können ja nur die zuschauer flüchten und zuschauerinnen also da bleibt ja nichts anderes übrig ähm so jetzt nochmal tacheles wie ist jetzt euer plan heute was macht ihr sonst mache ich mein graisfeld ich muss tatsächlich noch warten aber dann müssen wir auf alle warten ja ich werde tatsächlich auch dafür dass wir schlafen dann könnte ich nämlich auch mein reines feld ernten genau ist gerade aufgestanden genau die spätschicht ist da also ich bin auch dafür dass das war schlafen vielleicht kommt dann noch dann kommt hier ein bisschen action dann kann ich nämlich ein bisschen kleben ernten und so weiter und so fort dann kommt auch da könnte ich mal maniens hof zuschütten genau da könntest du mit zur hand gehen ja ernte ich mit das schneidwerk klee nicht überhaupt klee gute frage mit der hand das zupfst du mit der hand raus ich hätte jetzt gesagt so wie Gras so schön wie das im spiel hinterlegt ist theoretisch genau wie Gras das nächste einfach weg mit dem big m oder so oder mit dem nächsten würde ich jetzt auch so sagen warum sehe ich nicht was der schneidwerk jetzt kann das steht glaube ich nicht mal dabei bei so einem schneidwerk ohne nee da stehen nur irgendwelche rundballen und 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 eckige ballen also das kann kann ballen kann man kann das kann das schneidwerk das ist toll ja also laut laut schock kann es auch klee ja also von mir aus können wir spulen kann ich meinen treasure nutzen sauber muss ich nur noch einer bin zum schlafen ja ich kann es nicht weil ich nichts habe zum schlafen ich stehe hier gerade auf dem hoch ich könnte das eben machen ja du hast gerade geschlafen also gehen noch mal schlafen ja dann geht erkennt noch den weg zum bett also rgm du bist obdachlos ich schlafe im stehen ich hätte dir noch mein zelt mein altes gebrauchtes zelt überlassen können irgendwelche vorzeitsmünsche ja sexuell macht sieben uhr sie ist so dunkel der medien möchte schlafen auch das noch es regnet ach du scheiße und hat bei euch alles in ordnung wie es regnet aber 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 kommt ja mal den alter schwede ihr habt sehr gut ihr könnt in euer häuschen ich nicht wieso du nicht ja weil ich kein begehbares haus habe du hast ja das zwergenkabinett stimmt ja hier passt das zwergenhaus genau aber ey da bleibt man doch gerne im regen also so ein schöner oktoberregen am morgen guck mal seht ihr deswegen habe ich kein 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 badezimmer ne lohnt sich einfach nicht man kann schön bei sonnenaufgang draußen duschen das regen am morgen mit halbkorn und sorgen genau du sagst es regen am abend ist erquickend und lahmend ja du hast aber für weisheiten wir haben ja jetzt den mod nicht mehr drauf nur jetzt muss man ja nicht selber einschalten ja dann habe ich schon noch was sei dank ich kann meine besomten noch gar nicht an hallo city wolf moin aber noch mal gestern zu der karte also die war ja schon hammer ne also oli hausen nicht für jeden was definitiv nicht war ansonsten war die schon richtig klasse dieser auf jeden fall sehr gut aus da ist noch im wachstum warum ist das noch im wachstum weil ich weil ich noch warten muss ja ja das ist noch nicht mal bei mir hier oben angekommen das wachstum ich sehe es gerade auf der map ist gleich starten es läuft noch ja jetzt sind meine blumen ernte reif also ist doch nicht man die ausgewachsen kommt hat kommen es ist langsam auf dem weg jetzt in den süden das wachstum und es war gestern auch mein erstes interview was ich mit jemand anderes geführt habe also jetzt so ich fand ich habe das gut gemacht muss ja aber mich mal auch mal selber das hast du ja genau dass die wachstum jetzt war ein bisserl aber das können wir schon was 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 war das jetzt staubt sie jetzt war ein bisserl aber das können wir denn hier kommt kein wachstum an ich kann nämlich dann jetzt meinen meinen einmal dünnen dünnen muss ich ja wieder mit dem mit dem das sieht schon mal schon möglich aus wenn bei dem die beleuchtung angeht ich finde das cool habe ich denn das vor ich bin auch wenn irgendwas nicht passt oder so euch nicht gefällt die für die zuschauer die immer wieder regelmäßig reinschalten und wieder schreibt das hier rein in den chat was 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 euch was ich anders machen könnte oder schreibt mich per discord an ich bin hab da wenn es eine vernünftige kritik ist wenn sie gut geäußert ist also nicht mit bitte und danke sondern wenn wenn es wenn es hieb- und stichfest ist was ich müsst mache dann einfach sagen mich ja nur mal so aus neugierge fragt machst du das jetzt nur mit dem hexel bräuchte man nicht eigentlich auch ein schneidwerk dafür schneidwerk habe ich dran das habe ich doch hinten wo genau das ist doch hinten dran oder habe ich das den anhänger ist wohl da bleibt wirklich ist das jetzt abgefallen doch mal abgefallen weil das war ja sonst so so nur halb so drauf das sieht so aus also ich gesteht nur der häxler man ja nur man kann es doch gerne mit dem anhänger versuchen aber das liegt hier auf der hof ausfahrt könnte bisschen schwierig werden das liegt hier auf der hof ausfahrt das ist ja schön soll ich hier den dröschen einmal zurück oder den hex da wieder zurückschicken ob man was da angeflogen kommt wo habe ich denn wo habe ich denn meine hörner habe ich für meine hörner dass der zimmer abgestoßen kein kommentar noch nicht noch von meni den heb ich mir für spät wo ist denn wo sind wir mal 8 die haben die habe ich da drüben noch stehen ich bin noch gar nicht so weit dass du da schon häxeln kannst ich bereite jetzt erstmal nein ich krieg das schneidwerk gar nicht angefasst das ist es hängt da am anhänger dran aber ich krieg's nicht zu packen es ist ja lustig super plus ich habe es im hintergrund gehört mit dem ich habe es ist ja nicht zu fassen super ich dachte schon dass es um noch gegangen hat es ist ja nicht zu sagen irgendwas stimmt ja mit der und umdrehen ich muss nicht kommen und gar nichts mehr sagen klasse gut angelernt ja hallo Alex und oder weg noch ein bisschen genau er mittlerweile zwei von den geräten und hier muss man aber erstmal sagten dass er musste wissen eigentlich es ist noch keiner wach da kommen wir mal schnell hinten ankommen ich muss jetzt zur wiese 5 jetzt stehe ich natürlich mitten im weg aber dann doch nicht so wirklich zu interessieren diese 45 meter schaaf ich bin mir jetzt mit aber nicht mit meinen schafen jetzt kann ich mir nicht entscheiden ob ich links oder rechts laufen laufen voll gegen die bga das klappt bei mir sogar beim laufen ich brauche nicht mal ein fahrzeug dafür das geht sogar beim laufen ich finde das klasse dass die alle eine farbe haben haben wir hier gar kein unkraut auf den feldern fällt mir gerade so auf doch unkraut ist an echt und also auf meinem feld ist kein unkraut drauf das finde ich gerade positiv weil was anderes was halten davon wenn man noch eine stunde vorspulen dass der regner aufhört dann könnte ich nämlich strechen ja komm machen aber schlicht nichts dagegen beim kreuz ist sowieso egal also kannst du gerne machen also um zu jetzt dann noch ein bisschen schneller genau kann ich dir mal im gras auch noch mal wachs zu aber stündchen schlafen ja ne ich stell mal die zeit auf mal ja jetzt habe ich meinen kaffee alle jetzt bin ich ausgeschlafen bei 10 oder so ab um 9 soll es glaube ich trocken sein das ist eine normale stunde länger schlafen ja stimmt 8 Uhr regnet also zwischen 8 und 9 Uhr soll es dann auffahren oh da ist eine oh guck mal jetzt kommt jede menge erntemissionen rein mit flügen ja sehr schön Zuckerrohr kann ich doch auch mit meinem häxler machen oder brauche ich dann das andere äh brauchst du ein anderes schneid weg ja brauchst du ein anderes schneid weg ich weiß nicht ob wir das hier drauf haben aber noch haben wir natürlich haben wir das hat jetzt einer jemand da war doch eine hampfmission habt ihr die weggenommen ne da hatte ich im augenwinkel habe ich da eine hampfmission gesehen kann aber sein dass die ah doch ist noch da ja soja boden gibt es zucker zucker rüben jawoll fällt 81 und noch und zuckerrohr mit diesem komischen teil und nochmal zucker rüben ja nice dann machen wir zucker rüben vor allen dingen das sind doch beides mal sind das diese ropa ne das ist nicht der ropa das sind die anderen ne das ist der rexor den hatte ich gerade beim rotkohl aber wenn du feld 25 und 81 die rexors dir dazu ausleicht hast du zwei fahrzeuge pro mission das stimmt ja da könnte man gut was schaffen und dann kann man aber zuckerrohr das ernten macht man das mit einem rexor nee das sind zuckerrüben das sind zuckerrüben ach zuckerrüben und zuckerrohr ist feld 70 das da ist ja diese komisches ding wieder dabei ja dieser zwei reihe ne genau dieser tolle zwei reihe gut oh es wird immer heller und heller und heller und heller und heller und jetzt ist da ein schild im weg ein schild im weg oh da gibt es eine ballenpress mission was ist hier los ja hat ein bisschen geholpert ne mein traktor ist gerade gerutscht vielleicht schlagst du an dem schlamm hier oder so ja jetzt kann man ja mal eine schlammpart machen ne oder eine schlammpart du denkst doch nur wieder an ein komisches spielchen das coole ist wenn ich jetzt mit meinem schwarzen fahrzeug an einem schwarzen fahrzeug dran langschramme man sieht es nicht ne weil schwarz auf schwarz dann musst du aufpassen dass ich nicht mit der schrift dran langschramme ja genial gerne cool ne sehr genial gut es hat aufgehört mit regnen jetzt hat es aufgehört dann stell mal die zeit wieder runter jo ist erledig sehr schön sehr schön kann ich denn jetzt oh guck mal das klee das klee der klee an er blüht er ist fertig ja so meine kleine klee am anemone manian wolltest du mir helfen ja soll ich einen von deinen fahrzeugen nehmen sonst kann ich einen angenommen ach willst du denn mit deinen kleinen popelfahrzeugen guck mal was da schon bereit steht auf dem feld wenn ich auch diesen metantraktor und hilf damit mich ja ich bin du der große hofbesitzer hohoho geht bloß wenn mit deinem kleinen kram hehehe ne nachun konz mir ja ehrlich ha 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 du darfst sogar meinen häcksel bewegen wenn du möchtest Darf ich das? Ja. Zu gütig, zu gütig. Doch so den Hexler fahren, ey. Wahnsinn. Warte mal, warte mal. Ich wollte Schuhe ausziehen, warte. Ich wollte gerade sagen, nur bis klappen. Möchtest du das direkt in deinem Silo haben? Ist das Silo eingefahren? Silo? Meinst du mein Hof-Silo oder was? Ja. Ja, ja. Die Frage ist jetzt noch, wie viel passt denn da überhaupt rein? Da habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Das ist ein relativ kleines. Aber das machen wir auf jeden Fall dann erst mal voll. Jetzt kann ich ja dann einlagern oder so. Ach, was hast du denn hier noch? Liegen Gras? Oder was ist das hier von Ballen? Gras. Wollen die Schafe kein Gras oder ist voll? Ist voll. Haben die kein Wasser? Das sieht so leer aus, die Wasserbottiche. Ja, da fehlt so einiges nach. Boah. Die armen Schäfchen. Aber ich sehe es ja nicht. Wie heißt denn dein Abladepunkt beim Silo? Hof-Silo anliefern, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Weil dann stelle ich die nämlich schon mal ein. Ich fahre die dann, ich fahre dann gleich neben dir selber, aber dann können die automatisch hin und her fahren. Ähm. Du warst ja nun mal 20, ne? Standard. Gewächsreise. Unter MD Standards findest du das? Hof-Silo-Menien-Abholung, Hof-Silo-Menien-Anliefern. Ah, okay. Sehr schön. Kein Ernter im gleichen Ziel. Ach so, weil... Ähm. Du müsstest bei dir noch zufälligerweise Feld 88 einstellen. Nur unten in den Drescher. Dass die dann hinterher wieder wissen, wo sie hin müssen. Sonst kommt ja mal die Meldung, dass, äh... Jetzt fährt der schon los. Ne, und der soll ja da nicht hin, der soll... Das ist AD, der da jetzt nebenbei folgt. Ja. Ja, ja, ja. Ich bin gleich da. Juh, da bin ich. Menjen, du hast so einen Ladewagen als Trüner. Ja, kannst du nehmen, wenn du brauchst. Eine Stunde nach oben, ja. Ja, ja. Kannst du gerne haben. Der rostet nämlich schon. So, dann... Der rostet was? Dann genießen wir mal die Aussicht, ne? Von der... Von der Thüringen. Der ist ja direkt bei dir auf dem Hof. Der müsste da in, ähm... Ja, in der Scheune stehen. Beim Schafstall. Angezeigt wird jetzt bei mir, was ich jetzt lade, Gras, ne? Auch interessant. Ja, Klee ist ja Gras, quasi. Ja, aber könnte ja dann wenigstens... Nee, ich klee. Kwasiliermittelverbrauchter, das ist ja schön. Im Anhänger steht Gras, oder was? Im Anhänger steht Gras, oder was? Oben auch, im Vehikelinspektor steht auch Gras. Das ist aber, glaube ich, nicht richtig, ne? Mhm. Ne, das Feld selber ist ja nicht deklariert hier. Die Frage ist, was kommt dann... Was kommt dann bei dir im Silo an? Und... Ja, 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 Gras. Und wenn's oben steht, dann steht's Gras. Was heißt? Es gibt nämlich Klee frisch als Field-Type hier auf der Map. Das müsste Klee frisch heißen, wenn's dann. Vielleicht liegt das am Hexe oder so, weil das Hexe ist oder so? Kann das vielleicht sein? Ja, warte mal. Ist das denn jetzt anders, wenn wir das mit dem Big M machen, oder was? Ja, ich würde das mal mit dem Big M versuchen, ja. Oder mit einem Mähwerk, oder wenn du das mit einem Mähwerk umhaust, ob's dann immer noch Gras ist. Weil, dann, wie gesagt, das ist dann ja eigentlich Käse, dann ist es ja Gras. Ja, du machst jetzt quasi Klee zu Gras. Ja. Ist ja nicht richtig, aber laut... Beim Shop kann das Schneidwerk Klee. Außer der Modder hat beim Farbwechsel dann den Klee ausgebaut. Genau, hab ich natürlich gemacht. Nur um dich zu ärgern. Ja. Die Hinsicht ist das Standaus-Schneidwerk halt nur mit Farbball, ne? Ich fahr mal zu dir hoch und guck mal, ob die Schafe das vertragen. Ja, mach mal. Und bei Gras nehmen sie dir an. Oh, ein Klee, ne? Ja, du musst gucken, ob der Klee-Fillstand hochgeht, ne? Ja. Aber ich denke mal nicht, weil dem Anhänger müsste dann Klee frisch, müsste dann drin stehen. Denk mal, das liegt am Hexter, dass der das irgendwie umkonvertiert. Nehme ich jetzt mal einfach mal an. Das ist ja natürlich dann do. Oder geht das mit diesem Klee nur, wenn du Mais-Plus drauf hast? Ne, macht der eigentlich auch keinen Sinn, oder? Ne. Ne, also mein Scharfsteller ist die Nahrung jetzt auch voll bis oben hin gerade. Das verbrauchen die gar nicht. Wie, das verbrauchen die gar nicht? Nö. Aber ich hätte jetzt hier natürlich den, äh... Du hast den Ballen da am Trikot liegen lassen, ne? Den Ballen da liegen lassen, ne? Naja, dann ist immer voll, ja. Dann wird da auch mich auch gar nichts abkippen können. Hey, das würde nicht funktionieren, da kommt nichts drauf jetzt. Aber die Klee ist doch nur ein... Eigentlich ist Klee extra definiert. Ja, aber wenn die Nahrung voll ist, zu 100%, kannst du nichts mehr abkippen, auch wenn da bei Klee 0 drin ist. Genau. Das heißt, ich muss jetzt nicht hochfahren. Wir müssen jetzt irgendwie hinbekommen, dass wir Klee bekommen, ne? Ja, ich würde das an eurer Stelle mal mit dem Mähwerk versuchen. Würde es... Einfach mit dem Mähwerk umhauen. Kriegst du mal den Big M, du hast ja einen Big M, ne? Könntest du den mal runterschicken zu Feld 8? Ja, der ist gerade bei RGM, bei RGM ist da gerade in Benutzung. Ja gut, dann, ich habe dann mein Mähwerk, aber das kann ich schwaden. Ja, dann leihen bei uns einen Schwader, das ist ja dann auch egal, ne? Auch deine Kosten oder so, dann schwade ich dann hinterher, das ist... Was? Oder ein Schwader-Mähwerk, meinst du? Genau, weil dein Mähwerk nicht schwaden kann? Auf deine Kosten. Ich habe ja einen extra Schwader hier stehen. Weil du gerade schuld bist, genau. Ne, genau. Wenigen will ja, das möchte ja den Klee haben. Ich habe auch für ihn angebaut. Ich nehme das gut gerne, aber es ist Gras, ne? Ja, also ich kann jetzt, ich kippe das gerade ab als Gras. Ja. Ja, es wäre jetzt auch ulkig gewesen, wenn es im Anhänger Gras ist und beim Abkippen wieder Klee. Okay, also das wäre jetzt echt komisch. Ja. Gut. Dann muss er doch den Big M nehmen. Also nein, das andere schnarrt weg. Also ist Klee-Hacks sind keine coole Idee. Nein. Da haben wir das auch schon mal rausgefunden. Ja. Wenn jemand vor den Zuschauern irgendwann mal auch die Thüringen spielt oder spielen will, dann braucht man bloß die Videos, schauen bei mich her. Wir haben alles getestet, was geht. Und was alles nicht funktioniert. Genau. So ziemlich alles. So. Das heißt, ich kann mir dann den Häcksler, kann ich wieder zurückbringen. Ja. Oh, guck mal, ich komme schon angelaufen. Hui. Äh, ja. Schon nuckelig aus, das Fahrzeug, ne? Ich bin den Schicksal, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, hat was. So, wie war das beim letzten Stream? Wir hatten technische Defekte und Malheure, Angros. Und jetzt habe ich auch wieder meinen Discord ausgeschalten gehabt. Also es geht weiter. Super. Super. Wunderbar, wunderbar. Ich habe doch vorher gesagt, boah, bis jetzt hatten wir ja keine Fehler, ne? Nichts, gar nichts. Na, ja. Oh, mein Gott. Na, ja. Dann mache ich jetzt gleich erstmal zwei Minuten Pause und bin gleich wieder da. Okay. Achso, nachdem du jetzt Discord eingeschaltet hast, kannst du jetzt Pause machen. Ja, jetzt gehe ich einfach mal, genau. Sicher, kannst du den Wagen ein bisschen vorziehen, dann kann ich das da schon ablegen. Also, bis gleich. Bis gleich. Halt dir das so? So ist okay. Komm, ich mache mal den Einweiser. Einweiser? Komm mal, wenn ich nach oben springe, muss zur Höhe. Wenn ich nach unten tiefer. Der Micha ist Einweiser. Der Micha ist ein bisschen zu weit. Ups, es war zu weit. Ja. Normalerweise, normalerweise sollte das, sollte das wieder draufladen. Äh, 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 ooooh. Ich kann da nicht hingucken. Ich kann da nicht hingucken. Ich kann da nicht hingucken. Medien, vordern wir das mal richtig kaputt. Bitte. Das hängt da schon dran. Das hängt da schon dran. Also, ich werde dafür, dass du den Häcksler einfach auf den Anhänger stellst und das Mähwerk davor... Ja, habe ich ja versucht. Geht nicht. Das hängt da schon dran. Das war bei Ihnen nämlich auch schon. Ich dachte, ich bin so knackster Bruchpilot, ja, aber... Das Mähwerk hängt da schon dran am Wagen. Und du meinst jetzt, du kannst das so besser, oder was? Ich hatte es gerade gehabt. Ne, es war schief, habe ich gesehen. Jetzt hat er es. Ja. Das ist alles gar nicht so einfach, ne? Ne, weil das ja auch verkantet ist da drauf. Ich muss da jetzt. Ai, 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 oah! Möllert der mich hin und über. Unglaublich. Also doch Bruchpilot. jetzt nicht server speichert glaube ich ja so ist ein bisschen gerade hinziehen dann passt das ja ich komme schon das war bloß das bloß das war verfangen du hast ja die die in roten in die rote fahne und die muss ja mittig zu dem schneidwerk ja ist der lkw steht doch ein bisschen im weg aber ich würde noch ein stück zurück von das ist einfach du meinst den lkw noch ein bisschen stück zurückfahren ja da ist es da ist es einfacher zum rangieren ja ich genau so ich war doch warum gibt er so schnell das ob mal so jetzt muss das eigentlich einfangen stellt das nicht mehr gerade hin dass das ist auf ihn aufgefallen dieser attacher passt nicht da stimmt irgendwas nicht alles kommt bestimmt durch diese durch durch die farbwahl oder so schiebt und schiebt alles okay da ist jetzt die lackierung zu dick dick und jetzt kommen die sensoren nicht mehr an jetzt jetzt kannst du dir nicht ausdenken dass er da raushaut er jetzt hat das jetzt anders aber jetzt ist es drauf aber die hupe ist toll so geht wie kein parker